Was mich am Konzeptwerk begeistert, ist die Art und Weise, wie die Frauen und Männer arbeiten. Wie sie andere begeistern können, sie am Diskurs teilhaben lassen und motivieren, selbst aktiv zu werden. Es ist ein Ort für Idealisten, die ihrer Sache treu bleiben. Wir bringen Wachstumskritik und Machtkritik zusammen und bleiben dabei nicht nur in der Analyse und der Kritik stehen, sondern wir entwerfen auch Visionen für eine andere Gesellschaft und eine gerechtere Wirtschaft. Am Konzeptwerk begeistert mich vor allen Dingen das Engagement der Menschen, die hier arbeiten und aktiv sind, weil sie trotz finanzieller Herausforderungen und anderer Hindernisse immer im Ball bleiben. Für unsere Arbeit brauchen wir deine Unterstützung. Besonders Dauerspenden sind für uns eine wichtige Einnahmequelle, denn es wird zunehmend schwieriger für uns, uns über Förderanträge zu finanzieren. Das liegt zum einen an den Themen, an denen wir arbeiten, und zum anderen an unserem Anspruch, langfristige politische Arbeit für eine gerechte und ökologische Gesellschaft zu machen. Werde Förderin und spende einen regelmäßigen Betrag ans Konzeptwerk. Danke! Nein! Nein! Scheiße! Nein!